Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update. Heute geht es um den Level 100 und 110 Battle Pass Skin in Season 15 und passend dazu wahrscheinlich genau die gleiche Waffe, die aus dem Care Package wieder rausgeht. Vermutungen, nichts bestätigt, aber ganz ganz hoch im Kurs. Apropos Battle Pass, wer ihn schmerzlich vermisst, der Devotion Skin ist mit dem letzten Patch endlich wieder zurück. Ich habe viele Anfragen vor wenigen Wochen bekommen, wo der Skin auf einmal hin ist. Der hat Probleme irgendwo bereitet, wie genau die aussahen. Ich glaube, es war so, dass wir im Gunrun-Modus, sobald irgendjemand diese Waffe erreicht hat und diesen Skin drauf hatte, dann sind teilweise die Leute rausgeflogen aus dem Spiel und das war mega, mega belastend. Das ist so die Information, die ich hatte. Weiter im Text jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Mastiff die Waffe, die in Season 15 den Level 100 und 110 Battle Pass Skin bekommen soll. Passend dazu soll es natürlich auch so sein, weil es kann nicht sein, dass ein Care Package Waffe in Battle Pass Skin bekommt und im Gegenzug ist aber im gleichen Moment noch die Waffe im Care Package. Da man die Mastiff relativ wenig findet und die schon zwei Seasons lang im Care Package ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in Season 15 die Mastiff wieder zurückkommt. Welche im Gegenzug reingeht, aktuell unklar. Es ist auch alles, was ich hier erzähle, noch nicht bestätigt, aber die Vermutungen sind sehr hoch. Das war es schon wieder. Leute, habt ihr Bock auf den Battle Pass Skin? Mastiff eine Shotgun ist bei vielen vielleicht nicht so beliebt, aber so irgendwann muss ja auch mal eine Shotgun dabei sein, die vielleicht nicht so beliebt ist, solange es nicht gleich die Mosambik ist, die vielleicht als Battle Pass Skin am Start ist. Das ist die Mastiff, denke ich, doch eigentlich einer der geilsten Shotguns, die es gibt mit der Peacekeeper zusammen. Das war es schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Rest. Wochenende auf drei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.